Ein absoluter Wellness-Tipp am Roten Meer in Ägypten. Es ist eines der größten Thalasso-Therapie-Zentren Ägyptens, das Spa und Thalasso in Soma Bay. Im Gebäude des Cascade Hotel befindet sich der spektakuläre, 750 Quadratmeter große Thalasso Tonic Hydro-Therapie-Pool. Mit zahlreichen Stationen ist diese Art der Therapie ein wahres Schmankerl in Soma Bay und lässt den Körper ganz neu beleben. Das Salzwasser wird dabei mit verschiedenen Wasserdösen in eine Massagefunktion gebracht. Temperaturwechsel in den einzelnen Becken sowie Gegenstromanlage und einiges mehr runden dieses Wellnesserlebnis ab. Hier kann man sprichwörtlich eintauchen in den Orient und Körper sowie Geist neu beleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017